Ja, jetzt kommt ein kleines Video von der großen Veranstaltung hier in Ostdorf, Nähe Berlin. Und hinter mir seht ihr einen wundermachen großen alten Kamin. Und das ist eine super tolle Location, die ihr hier seht. Oben wurden gerade ein paar Lichter angemacht. Ja, Hammer. Liebe Grüße, eure Mandy X.